Ich habe einen Baum verloren. Könntest du mir helfen? Okay. Das sieht aus wie die South Park Vaginas. Ähm. Wetter mich verfolgt. Passe. Oh fuck. Ich werde verfolgt. Fuck, 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 fuck. Tja, Spookied. Guckste. Well, hier du bist. Alive und noch hier. ZE-RO! Scheissstäme. So. Willkommen zurück zu Spookies House of Jumpscares. Das letzte Mal. Ach, das seht ihr ja. Wir machen weiter mit 500. So. Ich habe jetzt erstmal ein Zebra auf die nasse Stelle geworfen, damit das hier sich schön... Wieso 53? Hä? Ich gehe jetzt mal von aus, das gehört zum Spiel einfach. Genau. Das gehört doch dazu. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll gerade, dass... Du bist neu. Dich kenne ich. Dich. Dich kenne ich noch nicht. Dich kenne ich noch nicht. Dich kenne ich noch nicht. Gib Gas. Los, los. Wir müssen sie vorbeistupsen. Aber wir sind das schnellste in der Welt. Kein Baum kann uns aufhalten. Bam. 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 Ich trinke sogar Wärmsteuer. So, auf beiden Spuren. War ich gerade genau. Ups. Ich sollte nicht dabei nach links gucken. Äh, rechts. Juh, jetzt wieder euch überseite schubsen. Los. Ich könnte es ja aber überholen. Na komm, ist mal brav. Ja, ich bin so brav. 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 Ich will ein mit dem anderen abschießen. Bam. Genau so. Yes. Gibt es auch mal ein Ende? Ich habe das Gefühl, das endet nicht. Das Gras bremst mich nicht. Ich könnte auch theoretisch so fahren. Ups. Das bremst dann schon. Guckt mal, Leute. Ich kürze ab. Boah. Baff. 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 Bin ich... Böse. Okay. Lustig war es. Doch. Jo, weiter geht's. 60. Ernsthaft. Error. I should look. Error. Kein Release. Du weißt. Exit through. Okay. Äh. Oh, noch eine Tür. 61. Der Express-Tunnel. Sehr gut. Und jetzt. Und jetzt. 561. 512. Sehr gut. Jetzt gefällt mir das Spiel wieder. Jetzt ist alles wieder gut. Muss ich noch genug Luft haben, mir weiter aufzunehmen. Das ist so irritierend. Das ist... Ich habe jetzt gerade so viel gesprochen und so viel geredet, dass mir die Luft weggeblieben ist. Aber jetzt hat wieder genug Luft um... Was verfolgt uns jetzt schon wieder? Und warum? Mensch, die ganzen Horrorviecher. Was habe ich euch denn getan? Ihr seid ja einfach nur ganz brav da. Will dieses Spiel durchspielen. Und ihr, ihr wollt mich fertig machen. Ihr wollt mich tot sehen. T.O.T. Von uns gegangen. Ich hoffe, ich nehme auch auf. Ja, vier Minuten. Ihr müsst immer wieder rüber gucken, weil immer wieder glaube ich es dann doch nicht, dass die Aufnahme läuft. Weil ich einfach... Ja, 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 ja. Böser Kürbis ist böse. Weil ich dann doch zu paranoid bin. Aber okay. Im Übrigen, ich werde es bei allen LPs durchgängig. Immer nur kleinere Cutsetzen. Aber ja. Gewöhnt euch dran. Oh, der Raum ist neu. Hübsches Sofa. Schön eckig. Ah! Ah! Tiii! Und die Gabel. Metal Gabel. Ah! 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 Ich weiß nicht. Es waren euch denkmal irgendwelche Let's Player. Aber keine Ahnung, wer das jetzt war. Dich habe ich glaube ich schon gesehen. Du warst ein Arsch. Ah ja, hier. Das kenne ich. Dich kenne ich auch schon. Ich kenne das alles. Alles. Alles schon bekannt. Alles schon da gewesen. Der geht noch nicht. Ich vermute mal bei 750. Der geht da der vierte Automat. Aber wieso? Ha ha. Ihr könnt mich nicht mehr erschrecken. Ihr könnt mich nicht mehr erschrecken. Dafür müsst schon ein Monster auftauchen. Aber dann funktionieren die Jumpscares echt gut. Wenn man irgendwie beschäftigt ist mit denen. Und sich jetzt nicht beim Reden so. Alter Finne. Ich weiß nicht. Ob mir die Location gefallen will. For a while, I thought I had really escaped this place. Ich dachte, er hätte diesen Platz schon vor längeren Zeit verlassen. But I saw it to each floor. I think it's actually just another room I did. Er glaubt, dass die ganzen Bäume auch nur ein weiterer Raum ist. Soll versuchen davon zu flüchten. Und. Was zur Hölle? Okay. Böse Rehe. I don't know what they are. But you're definitely not here. Ja, das sind definitiv keine Freundlichen. I tried sneaking up on the other day to kill for food. But I saw me soon. Ja, also. Die wollen uns definitiv tot sehen. Alter Schwede. Aha. Gut. Das sieht gut aus. Aha. Aufgebrochen. Stirb. Stirb, Bambi. Stirb. Kann ich Bäume fällen? Schade. Kein Minecraft. Oh, Mann. 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 Alter Schwede. Designblendungen immer. Das ist so. Wie groß das hier ist. Das erinnert mich so ein bisschen an. Ja. Daylight. Sehr stark an Daylight. Willkommen bei Daylight. Locked. Sag wirklich, herzlich willkommen zu Daylight. Schlüssel. Gut, 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 gut. Ich hoffe, wir haben uns erwartet keine Hexe. Fälle, Fälle. Nice. Schöne Musik. Ich kann alles mit der Axt tauen, Will. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das war einfach. Das war leicht. Ähm. Was zur... Stop. Die Axt bringt nix. Die Axt bringt nix. Lauf doch zu. Los. Immer Schritt voran. Hallo. Lauf doch. Wieso läuft denn ich? Ja. Wie ich diesen Screen hasse. Viskus. So, jetzt nochmal. Okay, 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 okay. Alles wieder bis dahin zurückgespielt. Bis zum... Evil auf der E-Wurst. Bis zu ihm. Und jetzt müssen wir rennen. Und ich hoffe, der Kollege bleibt es nicht wieder einfach stehen. Ich hoffe es mal so sehr. Also, er hat vorher keine fiesen Matanten, Matanten, miese Tanten, wie der andere, von dem her, hoffe ich es mal auf das Beste. Äh, 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 äh. Ich hasse es immer, diese Jumpscares, die einen da noch so erschrecken wollen dabei. Das ist eigentlich so... ...mit unter... ...richtig fies bei dem Spiel. Aber... ...was geht da eigentlich bisher? Das ist... Die Bildstörungen nerven noch am ehesten, aber ansonsten... ...alles cool. Aus! Die Musik ist geil. Die ist geil. Jetzt lauf doch! Nicht, dass der dir eine in den Nacken klatscht. Von dem Nacken klatsche gibt es noch einen Nackenbruch. Schneller! Nicht... Oh nein, ich kann ihn nicht verletzen. Das habe ich das letzte Mal probiert und wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist. Hä, hä. Hat mir eine halbe Stunde gekostet. Zuff zurück. Ich muss mich einmal wieder hinspielen und dann nochmal hinspielen, wo er das Spiel abgeschmiert war. Mmh. Los, los, los. Schneller! Nicht aufgeben. Can ich... Ich hab's geschafft. Schluss! Mann, 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 Mann. Ich kann schon gar nicht mehr reden, vor lauter Eiferie. Ich brauche was zu trinken, aber ich will jetzt nicht aufstehen. Leer? Leer. Ja, okay, ich habe auch die Hälfte verleert. Verdammte Schande. Mano, scheiße. Egal, 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 egal. 15 Minuten, äh, Räume, 15 Minuten. 15 Räume noch und bis zum nächsten Safe Point. Wisst ihr, die Zeit, als es nur 50 Räume war und dann gespeichert wurde, die war super. Die hätte ich gerne wieder. Denn da war das Spiel noch nicht anstrengend zum Let's Playen, aber mittlerweile ist es echt anstrengend geworden. Ich glaube, das ist gar mitunter eins meiner anstrengendsten Projekte, also... Und ich habe mehrere Slender Games gespielt, also... Ich habe das Slender Day Pages durchgespielt und... Ja, okay, an Slender kommt es nicht ran vom Härtegrad. Der Slender war schon das Anstrengendste, aber... Doch, es ist schon anstrengend. Gerade wenn man halt irgendwie stirbt und dann wirklich wieder 100 Räume mehr nachrennen muss, das ist halt schon heftig. Aber gut, die drei Räume noch, dann haben wir das. Zack, und... Geschafft. Geschafft. Ich fühle mich wohl mit meiner Axt. Gut, dann machen wir einfach weiter. Ich habe noch circa... Ich wollte jetzt noch circa sieben Minuten aufnehmen, also... Ja. Da ich eventuell ein bisschen cutten werde, ich weiß es noch nicht. Ja, komm, Tür auf. Komm, hopp, hopp, hopp. Mach auf. Weiter. Zack, los. Okay, wie sieht das hier denn jetzt aus? Geile Scheiße, das sind jetzt große Würfel. Fällt mir spontan kein Horrorspiel dazu ein. Ich weiß, nur der eine Raum war Daylight. Eindeutig. Alleine. Ja. Aber das jetzt... Das kriege ich jetzt nicht beurteilt. Hm. Ja, okay, das sieht für mich einfach nur nach Holzwänden aus. An diese Würfelform, man muss an Cube denken. Diesen Film mit den ganzen Würfel... Wie so ein Cubix-Würfel im Prinzip. Ist es ein Cubix? Ja, doch. Glaub, ja. Ähm. Wo dann quasi die Würfelräume... Der Raum sich immer irgendwie verschiebt. Ach, egal. Cube, wenn ihr den kennt. Gibt ja Cube. Eins, Cube. Zwei und irgendwie Cube. Sie, was die Vorgeschichte ist. Irgendwie sowas. Wenn ihr es nicht kennt, der erste Film ist richtig geil. Zweiten kenne ich nicht. Fuck, 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 fuck. Lauf du schneller, du lumpiedler. Und zwar so schnell und so weit. Irgendwann schlage ich die... Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich verfolgt werde. Schneller. Was zur... Was geht denn jetzt ab? This old place is somehow... Das hat jetzt Alien-Style... Alter, Schwede ist das geil. Geil. Ähm... Und jetzt? Hallo. Jetzt... Jetzt muss ich... Von da kam ich. Aha. GL Labs. Alter Schwede ist das geil. Das ist hellsig heute zum... Gut. Wir haben zwei Türen. Guckt mal, fuhre mal einen von den beiden jeweils rein. Das sieht mir doch ein weiter Weg aus. Was ist denn der der anderen? Ah, Kisten. Okay, okay, okay. Ich habe schon verstanden. Auf. Auf. Jetzt fühle ich mich gar nicht otskult mit meiner Axt hier. Immerhin fühle ich mich sicher. Ich fühle mich ein Stück weit sicher. Ich habe eine Axt, also... Alter Schwede. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ach, schnelle Hacke da raus. Spooky just said there were things we need to social... mich zuerst eine Axt. Okay, 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 okay. Also ich... Ich stehe, ich glaube, nur grob, aber... Nicht so gut, um es jetzt euch irgendwie gut übersetzen zu können. Irgendwie gut übersetzen zu können. Deswegen... Lies es euch selber durch. und ich lebe kein Bullshit erzählen. You have to keep it close. Licht an! Wir haben alle das gleiche gesehen wie ich. Ich habe drauf gehauen, es war tot. Das war's. Grüß von eurem Zero.